So, alles ab, wir gehen los! Vorsicht an der Kiste, wir schlagen die Kiste, es geht rutsch! Ja, dann recht herzlich willkommen an Bord, Freunde! Die Kiste, wir sind zusammen, hey, oh, oh, oh. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alle meine Hand. Wir hören's erstmal locker vom Hocker hier. Oh, oh, alles ist leer, ja, mit der Berg- und Tattelbahn fahren wir ins Glück, Freude. So, liebe Leute von heute, jetzt aber die Kuschelfase, mein kleiner Hase. So, liebe Leute von heute, jetzt aber die Kuschelfase, mein kleiner Hase. So, liebe Leute von heute, jetzt aber die Kuschelfase, mein kleiner Hase. So, liebe Leute von heute, jetzt sieht's aus hier. So, liebe Leute von heute, jetzt sind's die Kuschelfase. Ja, wir haben natürlich eine tolle erste Bildung. Ich bin ja in Höhe! Hier gibt's ein Powerstuff mit Zahnschaff, Ladies. Schweinegel! Beamtet, die ultime Schwarzmaschine, die Riga Raupe! Tja, Freunde, 40 Jahre jung und immer noch in Schuhe, man! Ich bin geboren! Ich bin geboren! Und wie sieht's aus? Könnt ihr noch eine? Alles ist auf hin und runter. Da geht's noch einmal rauf und runter hier! Vollgas von raus hier! Eine geht noch, Schätzchen! Wir drücken auch mal gut an, ob sie am Spinal ist, wie noch einmal umzusetzen, hallo, hallo! So, Leute, die letzte Kurve! Wir setzen es aber an, wir haben es gepackt, wir haben es geschafft, Freunde! So, neue Reise! Und zwar haben wir eine B norteamerikation. Und zwar haben wir eine B norteamerikation.